Aber gerade weil wir pünktlich sind mit dem Kapitelende. Machen wir noch ein bisschen. Mindestens noch eine Stunde. Weil wir heute so spät gestartet sind. Eigentlich sind wir auch ziemlich nah am Finale, wie man merkt, weil wir sind im Weltenbaum, hier geht alles drunter und drüber. Aber es geht halt immer noch weiter hoch. Aber trotzdem ist es noch ein ordentliches Stück. Aber es geht nicht. Aber es geht nicht. Aber es geht nicht. Aber es geht nicht. Es geht nicht. Aber es geht nicht. Aaaaaah! Das war's für heute. Das war's für heute. Ich habe noch ein bisschen geflogen, aber ich habe mich geflogen. Woher? Das ist ein Spelvia! Das ist ein Scheiße! Ich bin der Fall. 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 Herr, Herr, ist es Ihr? Was ist das? Ich bin der Fall, die Althusen von den Kniemherlsen, hat sich die Kraft ausgeliefert. Das war's. Das war's. Das war's. Herr, Herr! Das war die Aufmerksamkeit von Althus. Wo ist es? In der外ien! Ich bin... Ich bin noch ein... Ich bin noch nicht mehr. Wenn die Energie erneut, dann wird die Spelmierer... Ich bin noch nicht mehr. Ich bin noch nicht mehr. Und jetzt hört sich das noch mal an. Ich habe mich nicht so gut, dass ich mich nicht einmal erzähle. Das ist gut. Derzeit ist die Sperrbius und Arrthus, dass ich dich nicht mehr verletzen habe. Ich habe mich nach der Körper ausgetan. Wie wird das? Ich werde mich nicht mehr erlaubt und mich verletzen. Das war's für heute. Halle Titanen mischen jetzt mit. Da kommt der dritte Staat. Und Big Mom ist auch wieder da. Da hast du die Stürme erkannt, da. Jawohl, ich weiß ja gar nicht, ob du Big Mom überhaupt auf Japanisch schon mal gehört hast, weil du ja nur Manga liest. Ich hab mich nicht. Ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Ich bin der Sieg, ich bin der Sieg. Ich bin der Sieg. Ich bin der Sieg. Ich bin der Sieg. Was ist das, was ich? Manchmal ist es auch ein Problem. Aber wie machen die Arcedia? Sie haben den Ars in der ganzen Welt. Ich mache das alles. Was ist das? Was ist das? Ich mache das alles. Das ist okay. Ich habe das alles, was ich. Ich habe das alles, was ich. Ich habe das alles. Ich denke, morgen schauen wir dann Animes Dark. Ich habe das Gefühl, dass ich mich nicht so schlecht bin. Ich habe das Gefühl, dass ich mich nicht so schlecht bin. Das ist doch nicht so schlecht. Was ist das denn jetzt für ein Transformer? Oh, ähm. Oh, ich muss unbedingt Xenoblade Chronicles X spielen. Den Teil fehlt mir nämlich noch auf meiner Liste. Ich frage mich nur, ob die Teile irgendwie auch mit Xenosaga verknüpft sind. Ob der Architekt oder die Wissenschaftler, die für die Welsen hier zuständig sind, aus Xenosaga, aus Xenosaga stammen. Miteinander zu tun haben die Teile nämlich schon irgendwie. Wenn halt nur verschiedene Welten, wo das stattfindet. Ich frage mich. 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 Ich frage mich auf meinen Weg. Ich frage mich. Ich frage mich. Das war's für mich. Das war's für mich. Das war's für mich. Das war's für mich. Meine Frau. Wenn du hier bist, ich versuche, Spelvia. Das ist die Welt. Das ist die Welt. Ihr habt das, was du? Das war's für mich. 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 Ich bin der Erester. Ich versuche, dass du ein ganzes Foto ausgleichen kannst. Ich glaube, dass ich mich als Mann-Eater lebte, was ich als Mann-Eater lebte. Ha! Dann... Es ist so schlimm, aber ich kann nicht sagen. Ich glaube, dass ich mich als du bist. Was? Was? Ich bin... ein Blade Eater. Verrückt! Die Technologie von Blade Eater ist nicht nur von Akkadien. Das stimmt. Aber es war nicht nur für dich. Was hast du, bevor du dich mit dem Core-Crystal zu移st? Was hast du gemacht? Wie war die Raps um, wie war die Arme im Kampf? Aber ich habe alles gerettet. Was hast du für mich? Du hast du nicht vermisst. Du hast nicht gewonnen. Ich habe keine Ahnung, was ich nicht in Ordnung gekommen ist. Ich habe keine Ahnung, was ich nicht in Ordnung gekommen ist. Das war's für mich. Das war's für mich. Das war's. Das war's für heute. Los geht's nicht gut. Ich kenne die Menschen! Ich bin der Papa! Durch die Lüchse ins Spiel. Warum? Ich bin ein Zyger! Jetzt sind sie alle da. Sie sind nicht, aber Sie können nicht zu Ende des anderen. In der Mitte der Luft, ein Streit von Klimawandel. Ich denke, diese Knie sind los. Genau, also ist die Hölle, die Hölle. Als die Hölle und die Hölle auf den ersten Teil des Malveini war, wird der Hölle stark verbunden. Also, wenn Sie die Hölle die Hölle haben, den Sie sich entfernen? Wahrscheinlich. Ich bin der Fall. Ich bin der Fall, Hikari. Ich bin der Fall. Ich bin der Fall, was ich. Ja. Ich bin der Fall, ich bin der Fall nicht gewohnt. Ich bin wirklich nicht sicher. Das ist doch so. Ich bin der Fall, Hikari. Was? Ich bin der Fall, dass ich mich noch nicht mehr anwenden bin. Ich bin der Fall, Hormla. Ja, ich denke, wir haben uns das Gefühl, dass ein paar Jahre im Weltraum gelegt. Das war es, wo wir uns in der Welt machen können, dass wir uns im Weltraum verletzten. Wenn wir uns in den Zin die beiden Krieges geschehen können, dann kann man das andere. Wenn wir uns das, dann wird das zwei Köln schon bleiben. Ich bin sicher, dass ich das nicht so lange bin. Aber wie geht es dort? Das ist dann auch ein Verständnis! Hanna, ich kann mich über die Hikari und mich überlegen, und mich überlegen, um zu diesem Angriff zu gehen. Ja, wenn ich nur zwei, dann kann ich das nicht mehr gehen. Ich glaube, das ist das nicht so. Ich bin so, ich bin so, ich bin so, ich bin so, ich bin so. Ich bin so, aber... Ich bin so, ich bin so, ich bin so, ich bin so, ich bin so. Entschuldigung. Ich muss was machen. Ja? Ja. Herr, ich kann die Roketobooster von Hanan benutzen. Entschuldigung. Ich komme gleich bis zum Giri-Giri! Bis wir endlich mal einen Plan haben, was wir tun. Ah, jetzt sind wir nicht mehr stark genug. Jetzt müssen wir kämpfen. Bis zum nächsten Mal. Das war's für heute. Blan-O-Cabo 13 Great! Oh, dieser Gegner spuckt sogar Kerncrystall aus. Haben wir eigentlich noch Kerncrystalle? Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich bin doch nicht so ein Scheiß. Jetzt müssen wir gegen alles kämpfen, was wir versuchen so gut es geht, die Kämpfe auszuweichen, aber wenn da so ein riesen Mech ist, naja, was willst du da machen? Vor allem sowas, wie soll ich da ausweichen? Na, so gehts. Vielleicht kämpfen die auch nicht gegen uns. Wir waren ein einziger Gegner. Den kann man eigentlich auch wiederbeleben. Dann noch mal. Oh, müssen wir da rüber? Naja, da ist Nia dran. Oh. Ich glaube gegen den da vorne müssen wir kämpfen. Vielleicht kein Weg von vorbei. Obwohl, die sind Level 55. Vielleicht einmal Glück. Ja. Einfach dran vorbei. Die sind vom Level her nicht unser. Wir müssen trotzdem aufpassen. Im dritten Teil werden wir wieder mehr kämpfen. Und ich denke mal, der dritte Teil wird sehr, sehr in die Nähe gerücken. Aber wir müssen erstmal Deofield. Crisis Core fangen wir ja an. Das Problem ist, der Januar ist dann auch schon nicht mehr so weit weg, ne? Okay, den... Oh Gott. Da kommen wir noch nie im Leben dran vorbei. Ohne einen Kampf zu provozieren. Aber gut. Geschafft. Hier geht mir auch nicht. Nicht auf den Senkel. Gut. Wir sind gleich da. Wir sind gleich da. Ja. Aufruld. Ja, den anderen Bot, den habe ich ja noch gar nicht mal mehr runtergeladen. Aber dieses... Kommands Ding funktioniert auch bei mir nicht so... Wie es soll. Huiiii. Ja, ich kann mich nicht machen... Das war mir auch nicht. Ich kann mich anschauen. head, von mir quelques ein paar Minuten wegfangen. Ich kann mich darum, doch zu spät, habe ich APPLAUSE. Wie ich verweilende. Aufru rugby, dass ich den Kopf tritt. Getötet! Aufruf, was ich gerne? Das war's für mich. Das war's für heute. Das war's für heute. Was ist das? 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 Was ist das?